Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und weißt du es so von vor 45 oder vor 39, dass es dann irgendwie zum Todesdach des Vaters oder der Mutter dann sich hier die Brüder traf? Das wohl schon. Also da gibt es ja einige Belege für auch in Briefen, dass sie sich wohl getroffen haben. Hier steht auch noch mal Hünder und Stochen. Gebt hart, da kann man hart lesen noch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020